Lauf! Junge, ist das Auto... Mann! Hab ich begrenzte Schüsse? Rück doch ab! Hehe Sorry, das musste sein. Das gibt bestimmt eine Strafe. So, Waffenbesitz, Bezahlungsmittel... Äh... Raub für Kopfverletzung... Was ist das hier, ne? Ich muss Sie festnehmen. Gegen Sie liegt ein Haftbetrieb vor. Bitte gehen Sie auf den Bürgerstand. Bitte nein! Doch! Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ah, da kriegen wir jetzt bestimmt einen Minuspunkt. Ich hätte sie jetzt nicht mehr unbedingt tasern müssen. Naja... Oh, 30! Eieieiei! Das gucken wir uns gleich mal an. Ich glaube, ich hätte die nicht tasern dürfen. Weil sie halt schon stehen geblieben ist, ne? Ah, Mensch! Ich wollte es doch aber so gerne... Hä? Was zeigten wir uns jetzt für Felder an? Das war die gar nicht! Äh... Das war die anscheinend nicht. Der hat uns gesagt, das könnte sie sein. Ich hätte mal dem Personalaus was geben lassen sollen. Ah, verdammt! Ah, doch! Wurde verhaftet, doch, war sie. Hui! Aber nächstes Mal auf jeden Fall Perso. So... Aber sie ist ja... Doch, klar, sie ist ja weggelaufen. Natürlich. Muss sie ja sein. Hehe. Wir löften sonst einfach so weg. So. Naja, gut. Haben wir ja gut was geschafft heute. Zwar nichts Neues für euch. Aber... Könnt ihr ausmachen. Könnt ihr wieder einschalten, wenn es was Neues gibt. Ah, ich bin mal gespannt hier. Hm... Fußgänger. Einsatzelektropistole. Hm... Ungewöse Anliegen von Handzellen. Hä? Hä? Das war doch aber... Verstehe ich nicht. Hier haben wir auch minus 5 bekommen. Okay. 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 Wir haben nichts freigeschaltet bekommen. Oh... Verbrecher hier. Verbrecher. Ähm... Gehen wir mal hier... Oben? Waren wir da gerade? Ist ja egal. Wir gehen jetzt hier unten. Hier gehen wir jetzt mal. Gehen wir da hin. Ahem... Wollte ich den Tipp gerade lesen. Mütze. Äh... Bitte jetzt nicht wieder so viele Unfälle. Äh... Äh... Wow. Das ist ja eine Einbahnstraße wie es aussieht. Vielleicht kommt ja nochmal ein schwerer Unfall heute. Wie halte ich den an mit R, ne? Wie halte ich den an mit R, ne? Das geht anscheinend nicht, ne? Ah... Anscheinend geht das nicht. Ich weiß es nicht. Hatte Glück gehabt. Ist ja in echt auch so, ne? Oh... Nicht doch! Hä? Mein Gott! Was ist hier los? Ich wusste nicht, dass solche Spider-Man spielen. Aber das ist aus dem Auto raus. Das ist aber irgendwie doof, ne? Dieses Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Konnte einen... Fährt der jetzt, äh... Irgendwo ran? Achso, der steht schon. Okay, Moment. Und warum kann ich ihn jetzt nicht ansprechen? Äh... Oder muss ich das mit dem Computer machen? Komische Sache. Ach, da ist jetzt ein Unfall passiert. Da kann ich Punkte setzen. Oh, hier könnte ich alles nachlesen. Ja, gut. Boah... Ja, er hält an. Ich... Aber... Ich kann ihn nicht mehr fragen. Also, ich kann nichts machen. Komisch. Naja, machen wir mal den Unfall hier weg. Der... Müssen wir danach mal wieder ein bisschen was anderes hier machen. Irgendwie. Äh... Keine Ahnung. Ein paar Leute auffallen. Wir müssen ja erstmal ein bisschen was freigeschaltet bekommen, ne? Aber ich will jetzt auch nicht sagen, komm, ich mach das jetzt und... Ach, gucke THC. Ah... Interessant. Aha... Aber den anderen hier die Schuld geben, ne? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungschein bitte. Bitteschön, Officer. Naja, das sind mir hier die Liebsten. Oh... Wie komm ich denn da jetzt hin? Ja, ich hatte das Auto wohl nicht ganz unter Kontrolle. Mhm. Aber... Was Neues mit THC, weiß ich ob wir das schon hatten, ne? Die hat nichts. Mhm. Ja, also alle beide verhaften hier. Ja, ich hab mal was anderes. Und, wenn möglich, den Versicherungschein. Bitteschön, Officer. Bin unterwegs. Erstmal mach ich das hier fertig. Mhm. Jetzt ist ja hier... ...nur noch ein paar... ...n paar Fotos machen. So... So... ...so... ...ansprechen. Fahren. Da war ja nichts, ne? Neee. Neee. Die HC hatte die, ne? Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Bitte gehen Sie auf den Bürgerstein. Was? Was, was? Oder euch ist was falsch gemacht? Na, wir sehen's ja. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Ach so. Das hab ich vergessen ihr den Unfallbericht zu geben. Doch sagt sie Danke. Die war alkoholisiert, ne? Äh... Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgerstein. Bitte, nein! Nee, doch. Den schleppen wir gleich ab. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Dann schatzte gleich beide mitnehmen, ne? Nee, da kommt jetzt einer. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Da kommen jetzt so zwei und holen beide ab, hier. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ja, was ist denn jetzt mit dem Unfall? Der ist weg, ne? Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ich bin hier um die verdächtige Person in Gewahrsam zu nehmen. Bitte, begleiten Sie mich widerstandslos zum Statt. Und den müssen wir noch abschleppen, ne? Nö. Den können wir nicht abschleppen lassen. Nee, den haben wir schon, ne? Nee. Ach, der ist da wohl reingeballert. Und er steht hier einfach immer noch. Und ich kann nichts machen. Ich verstehe es nicht. Jetzt, ich weiß nicht, könnte sein, dass wir jetzt ein paar Minuspunkte hier kriegen. Ich weiß es nicht genau. Nö. Oh ja. Äh, kleinen Moment mal. So. Äh, Verkehrskontrolle. Ja, das ist auch mal was Schönes wieder. Ich weiß es auch. Ich weiß nicht. Aber es wird nicht mehr. Ich weiß nicht mehr.